hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge des dark rift 2 die master league heute im pvp in versteckte hose so gg was ist das denn schon wieder für eine begrüßung hier ist ja ein kenrush oder komische begrüßung und immer schwierig wir scouten auf jeden fall mal funktionieren so weit haben wir denn hier so ein gg alles normal gas und so wie es aussieht vielleicht zwei gateways hier erstmal noch ein bisschen das ist wenn wir den 2 und 2 nehmen er sogar ein bisschen spät ist aber müsste also gerade passen müsste sich ausgehen kann ich sagen nachdem ich gerade auf service tv wüsterreich geschaut habe eine redensart die es bei uns absolut nicht gibt also hier die die ich die 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 Was niemals durchkommt. Ja, hat auch attackiert. Wo ist hier mein Dings? Oh, er hat es gekänzt. Aber er hat eigentlich eine Twilight-Counsel gehabt. Er hat doch gerade hinten. Nicht losgeschädet. Ich bin hier in der Schule. Ich kann einfach mal sagen, wir gucken mal vorne. Ich habe ein bisschen Angst vor die Tees. Also eigentlich rechne ich fast mit die Tees. Ich hoffe, dass mein Robo deshalb noch früh genug ist. Auf geht es durch. Wir gucken einmal, ob er hier X tut. Jetzt sieht aber nach Blink aus. Da stehen die Adeptis. Was ist euer Begehr? Kalt ist die Leere. Lasst unsere Feinde, unsere Wunsch. Ich bin hier in den Schatten. Nein! Warpfeld Online. Ich durchstreite die Galaxis. Wird aber noch zu Hause. Wird aber noch zu Hause. Da geht es jetzt. Da. Das war so ein bisschen erwartet. Ich hab mich nicht gelügend Mineralien. Oh, ich bin mit Herz Supply Block. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Echt schön für dich? Passt nicht. Ich brauche jetzt eine dritte. Nicht! Ihr sollt weiter nach Hause gehen. Ich bin hier, in den Schatten. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ihr habt nicht gelesen, Mineralien. Ich bin hier, in den Schatten. Nein, warum schieße ich nicht auf den, wo ich drauf schießen will? Nein, du sollst doch hier das bauen. Meine Hände machen oft noch nicht das, was mein Kopf sagt, dass sie machen sollen. Das ist jetzt leider später. Also ich habe mich jetzt irgendwie durch die DTs voll in die Defensive drängen lassen, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich habe nicht mal gesehen, was wir für abwärts hatten, oder? Ja. Komm. Nein. 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 Scheiße. jetzt mal langsam die dritte eine vierte in meinem mädchen mehr mehr presence als ich 20 eigentlich wird das ein guter zeitpunkt zum tisch wenn ich nicht ständig supply block ich weiß bescheid komplett ja ja Geht euch, Kassar! Alter, wie lange hält denn so eine Shield Battery-Gedönsel? Okay, mit dem Disruptor hätte er mich, äh, vermutlich killen können, aber er hatte auch glücklicherweise ein bisschen wenig Gates. Ja, schön, ich würde sagen, das war's für heute. In der zweiten Aufnahmes-Tation heute war es doch deutlich schöner als in der ersten. Das war's für heute, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr seid beim nächsten Mal vorbei, hier oben rechts, ihr seid auf euch linken und jetzt erstens von mir und auf den schönen Tag. Macht's gut, tschüss.